Okay, langsam bin ich doch etwas frustriert. Diese Aufnahme, diese Aufgabe, ist wirklich extrem. Selbst nachdem ich herausgefunden hatte, dass die Käfer am besten ab Level 25 zu sammeln sind, mit diesen Raupen, die sich verpuppen, ist das unglaublich zartaufwendig und ich bin gestern nicht dazu gekommen, und es ist like this, I love to curl up with a good buck. Nicht dazu gekommen, irgendetwas... Oh, ich habe Schuhe gefunden. In der Farm zu machen. Und ich weiß nicht einmal, ob ich das heute schaffen werde. Und morgen. Ob sich das überhaupt lohnt. Vielleicht, wenn ich sofort aufbreche und auch wieder heute nichts mache. Oh, das ist so schlimm. Es ist wirklich extrem zeitaufwendig. Dann ist es hier immer noch frisch. See you soon. Pepper Poppers Äh, und... Ich muss ein paar Sachen sortieren. Theoretisch, wenn ich das hier alles gepflückt habe, könnte die Aufgabe für Pierre fertig sein, wenn ich Glück habe. Äh, es wird im Moment so vieles liegen, weil ich dir eine Quest machen möchte. Die hier. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt zeitlich schaffen werde. Naja. Je früher ich losaufbreche, desto mehr Käfer kann ich töten. Das ist schlimm. Sehr, äh, grindy die Aufgabe. Okay, ich gebe es auf. Ich habe zwar noch zwei Tage, also... Das ist nicht zu schaffen. Das ist viel zu mühsam. Da braucht man mehr als eine Woche für. Mit Ja kann man nicht reden, oder? Ich verstehe dich einfach nicht. Toei! Dann gehe ich zur Quarry. Genug Tage verschwendet. Oh, schöne Beere. Aber es liegt... Sie liegt nicht auf meinem Weg. Und ich habe meine Quest abgeschlossen. Für... Hier. Irgendwas habe ich getötet. Hartheid. Keep your dome in one piece. Hat sich richtig gelohnt. Du, du, du. Will ich noch eine Waffe? Es gab irgendeine, die ich mir kaufen wollte. Demnächst dich hier vielleicht. Sieht ziemlich gut aus, aber ich kann sie mir noch nicht leisten. Dark Boots. Beirdrückend. Hartet. Wieso hat das einen Verkaufwert von 20.000? Das gibt doch keinen Schutz. Oder? Sollten eigentlich nur dekorativ sein, soweit ich weiß. Das heißt aber nicht, dass sie nicht viel wert sein können. Moment, Moment. Hat das einen Verkaufswert von 20... von 10.000? Ich kann es nicht verkaufen, aber vielleicht mal der Heidmaus. Wäre ein Versuch wert. Gut, was habe ich in der Quarry? Aber es ist so schade, dass man diese Quest nicht abschließen kann. Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, es zeitlich hinzubekommen, dann weiß ich nicht wie. Wenn ich von früh bis spät nichts anderes tun würde, als Bugs zu töten, also wirklich stundenlang, und zwar in Echtzeit, nicht In-Game-Stunden, und keine Farm hätte, dann wäre das viel leicht zu schaffen. Also keine Felder, keine Tiere, um die ich mich kümmern muss. Aber ansonsten... Keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Es hat Plink gemacht. Harvest Gold Quality Vegetables. Place the Crabs in the Empty Produce Box. Zumindest eine Aufgabe habe ich erledigt. Und es ist ja egal, welche Vegetables man reinpackt, es müssen nicht die Geharvesteten sein. Nur ich musste ein paar ernten, damit die Quest überhaupt registriert wird, dass man sie erledigt hat. Ansonsten genug Vegetables hatte ich ja. Und heute ist die Quallenwanderung. Die mache ich dann. Ich melde mich wieder, wenn es so weit ist. Also, in der Annahme und Hoffnung, dass es wirklich egal ist, welche Gold in Vegetables man reinpackt, werde ich mal welche aus meiner Goldkiste rausholen. Ich brauche insgesamt 20. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich muss mir wirklich angewöhnen, 10er-Stacks davon zu sammeln. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sonst habe ich zu wenig. Ich bin bei 16. 19. Nein, das ist ein Unikat. 20. Ich hoffe, das stimmt so. 11 und 19, 20. Und ich brauche 25. Man sollte schon lesen können. 1, 2, 1, 2, 1. Gut, jetzt muss ich das Papier abgeben. Hoffentlich klappt das so. Du kannst mich mal mit deinen Bugs... Kannst du dir deinen Jug, dein Bug-Dingster in die Haare schmieren. Ich werde mich nicht länger damit beschäftigen. Egal, ich ignoriere das jetzt, dass der Runde gefallen ist. Ich habe schon so lange wegen dieser blöden Quest mit keinem mehr gesprochen. Dance of the Moonlight Jellies. So, ich muss zu Pierre, richtig? Da hinten ist er. Alle wandern runter. To think positively. Ich würde gerne mit ihm reden, aber... Moment. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Ich muss nochmal nach Hause. Das schaffe ich zeitlich nicht mehr, oder? Pierre macht doch um... Muss ich die Folge neu laden? Ich muss wahrscheinlich die Folge neu laden. Ich versuche das mal. Ob es zeitlich schafft, ob es zeitlich klappt, dass ich zur Basis verletze. Und die ganzen Vegetables, alles was ich habe, hier rüber schleppe. Denn ich weiß nicht, was alles zählt und was nicht. Anscheinend nicht alles, was Vegetables ist. Das ist echt blöd. Aber es müsste noch klappen. Ich muss wahrscheinlich diesen Tag nicht neu anfangen. Also, gib mir alles. Geht ja nicht anders. Irgendetwas davon wird hier wohl zählen. Bin ein bisschen gereizt. Falls man das mitbekommen hat. Aber immer noch besser, jetzt alles reinzuschmeißen, auf gut Glück, als den Tag komplett wiederholen zu müssen. Also. Hölf und neun. Und fünf. Ich denke, das gibt jetzt eine Wende demnächst. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit zum Reden. Und danach. Was in der Welt werde ich für Essen machen? Ein großes Problem. Scheinbar. Ich habe heute mehr Struktur in dem Tag. Ich habe hier diesen Seed-Generator gefunden. Äh, gebaut. Zwei Stück davon. Sunflower Seeds. Habe ich Gewürche gekauft? Ich weiß es gar nicht. Ich kaufe mir gleich auf gut Glück. Und Winnegar sollte ich kaufen, weil, äh, das kann man selber nicht machen. Aber das mache ich, wenn ich es brauche. Nicht auf Vorrat. Wenn ich nur wüsste, welche Bäume ich schon angepflanzt habe. Habe ich irgendeinen Baum der... Ach. Ich habe einen Orangenbaum, das weiß ich. Aber ich muss das Geld sparen für die nächste Erweiterung. 50.000 brauche ich. Und 25, um eine Quest abzuschließen. Bei Community Center. Da fehlt nur noch eine große Aufgabe. In dem Safe. Die 25er. Geh nach Hause, du wirst überladen. Mit dir kann ich noch reden? Weil ich habe dich schon auf Maximum, oder? Nicht ganz. Fried mushroom. Okay, ich gehe abladen. Immerhin bin ich deine Quest losgeworden. So, das Schlau-Fest fängt gleich an. Mom's probably pretty lonely now that I'm gone. I just hope she doesn't visit the saloon more to make up for it. You shouldn't feel bad. Mom has to solve her own problems. Richtig Einstellung. Du kannst dich ewig hinterher herwischen. Sie muss irgendwann lernen, ihr Haus selber sauber zu halten. Und sich um alles um zu kümmern. Du hast lang genug. Auf sie aufgepasst. Der Dance of the Jelly starts. Dann will ich da mal rüber. Heute habe ich eigentlich wieder ein bisschen was geschafft. Ich unterstütze immer noch auf dem Boden und warte darauf, dass ich es aufhebe. Bis es von einem zufälligen Wanderer zerstört wird. Von Leuten, die hier rumlaufen. Oder vielleicht auch im Ende des Tages. Ich weiß es nicht. Wann genau die despawnen. So, Guau. Ich weiß. Fängt an. Aber das heißt nicht, dass ich die Mülle einmal stehen lassen muss. So schnell hört Guau hier nicht auf. Da. Ich glaube nicht, dass die sehr lecker sind. Und irgendwo ist hier jetzt auch kein Neuzugang. Life is so easy for the jellyfish. Ich würde sagen, du hast es jetzt auch leichter. Pam! Aber ich bin ein bisschen entschuldigt, dass du nicht mehr mit deiner Mutter zusammenleben musst. Das ist so eine riesige, spannende Sache. Und nicht mehr so viel arbeiten musst. Alles, was du in der Fall machst, ist ja freiwillig. Das ist das Fest zum Ende des Sommers. Danach kommt noch ein Sommertag und dann fängt der Helmst an. Ich frage mich ja immer noch, ich muss das mal überprüfen, ob die Zustimmung steigt, wenn man mit den Leuten während des Festes redet. Good evening. These moonlight jellies are close. Once we launch the candle boat. Most nutfish should be scared. Ich kann jetzt nicht fischen. Aber darauf wollte er auch gar nicht hinaus. Er wollte sagen, dass die Fische verscheucht werden durch das Licht. Good evening. Hope you can find some time to relax before the harvest. Sarge. There. I saw something glowing. Oh, it's gone. Look out there. Emily. All kinds of life form. Eerie. Eerie shrine aus Diablo 1. No one noticed. I keep polluting. Nein, if I keep polluting the oceans. Nicht I. Ich nehme nicht. Oder will ich die weiteren Gespräche noch mitnehmen? Nein. Nein, ich starte das Event. What do you think I should do? Launch it. Launch it like the snow tomorrow. Ich habe mich ein bisschen gestreckt. Da zieht es über den Ozean. Oder segelt. Oh, die Quallen. Jetzt kann ich mich ein bisschen zurücklehnen, entspannen und den Helmster ausklingen lassen. Den ganzen Stress mit der Mine vergessen. Das nächste Mal noch schön. Das Unikat da drüben. Das ist wirklich so einfach für dieses Tänzen. The glow of summer has faded now. Faded. Komma. Now. Und ich bin wieder zu Hause um Mitternacht. Da muss ich gleich schlafen gehen. Zum Glück habe ich schon alles erledigt. Dann kann sich der Balken endlich mal ein bisschen auffüllen. Denn er wird tatsächlich ansatzweise leer bekommen. Beziehungsweise ziemlich leer. Good night. Letzter Herbsttag. Ich bin so arm. Es ist kaum noch möglich, Geld zusammenzukratzen. Ich muss mal schauen. Weil ich die ja immer automatisch in die Kisten packe. Was? Jetzt schon Herbst? Ich dachte, da käme noch ein ein Sommertag, ein letzter. Okay, dann habe ich es mal mit dem Herbst und Winter verwechselt. Herbst, Anfang und Herbst, Anfang und Herbst, Anfang und Winter, Anfang. Sowas in der Art.